Ich will aber hier rein. Ich will da auch rein. Äh, lol. Da wird man einfach weggeschoben. Was soll das? Was ist eigentlich mit dem Schiff da hinten los? Keine Ahnung. Hey Leute, ich bin Conny und heute spielen wir zusammen Roblox Titanic. Mit dabei sind heute Roblox, Victor und Dylan Dusk. Warte, was sind wir? Wir sind, ich glaube, Second Class. Was Second Class? Wir wollen First Class. Victor und ich sind Kohlearbeiter. Was? Wo legt man das fest? Das steht ganz unten bei uns, keine Ahnung. Oh, ich bin auch Kohlearbeiter. Oh, dann... Auf zur Kohlearbeit, oder? Ja, auf zur Kohlearbeit, Leute. Lass uns einfach auf die Brücke gehen. Okay, auf geht's. Oh, was schreibt der da? Give Robux. Äh, nö. Ja, aber irgendwie, ähm, das Spiel laggt ein wenig. Oh, wir müssen zickzack laufen, der schießt auf uns. Das ist ja wie auf der echten Titanic. Auf der echten Titanic kommt auch ein Block mal an und sagt, give Roblox. Äh, Robux. Robux. Hallo, William, wie geht's? Okay, dann nicht. Wird das Schiff immer steiler, oder kommt mir das so so vor? Ja, keine Ahnung. Aber scheinbar müssen wir hier nicht sehr viel Kohle arbeiten, weil das Schiff geht gerade unter, da macht's ja sowieso keinen Sinn mehr. Komm, Anton, ich mach mit dir den König der Welt. Ja, wir setzen uns. Nein, Anton, wir machen jetzt den König der Welt. Na gut, wir machen den König der Welt. Nee, Anton, zu spät. Pass auf, der Robber ist immer noch hinter dir. Warum ist der Robber so schnell? Oh, wir hätten nach ganz vorne gemusst, Anton. Ja, aber ganz vorne ist, glaube ich, schon unter Wasser, oder? Okay, wir machen das, wenn das Schiff neu startet gleich. Okay. Aber das Ding der Titanic, das hat doch irgendwie drei Stunden gedauert. Ist das jetzt nicht so in zwei Stunden? Ja. Okay, wir warten jetzt noch zwei Stunden und dann fängt das Schiff bestimmt von vorne an. Warum haben wir alle Waffen? Komm, wir gehen jetzt rein, sollen wir reingehen? Was ist das? Komm, Anton, wir müssen Jack befreien. Er ist da unten noch angekettet. Ja, wir müssen noch Jack befreien. Okay, wir gehen jetzt wirklich Jack befreien. Wie kommen wir nach unten? Louis ketzt sich aus, wir folgen ihm einfach. Ja, hier kommen Leute nach unten. Er war hier schon sehr viel le Male. Also im Film sind ihr mit dem Aufzug nach unten gefahren. Ach, wir brauchen schon Aufzug. Genau. Sport ist Mord. Und wo der Tüter gesagt hat, ich fahr wieder nach oben. Ich fahr wieder nach oben. Ich erinnere mich. Okay, hier müsste doch Jack irgendwo sein. Jack! Jack! Wo bist du, Jack? Die Musik ist irgendwie nicht ansatzweise so dramatisch, wie das Footage aussieht. Oh, hier ist Wasser. Also ist Jack hier schon drunter? Ist er tot? Ja, ich ertrinke. Ich ertrinke auch. Oh. Abzeichen gewonnen. Ja, ich sterbe gerade. Ich habe gar keine Punkte. Ich bin irgendwo eingequetscht. Oh mein Gott, ich stecke oben an den Rohren fest. Victor, wir müssen du es retten. Komm. Ich pampiere dich. Ich pampiere dich. Ich rette ihn. Los, ich rette dich. Wo bist du lang? Oh, ich bin über dir. Ich bin über dir. Über dir. Über mir? Ja, ich bin zwischen diesen Rohren da oben. Zwischen den... Hier. Zwischen den Rohren... Jetzt bin ich tot. Was? Wie? Ich stehe dir da fest. Okay. Nein! Kannst du einfach wieder spawnen? Jack ist tot. Ich bin neu gespawnt. Oh, gut. Wie auf der echten Titanic damals. Ja, Jack ist auch gestorben. Freunde, ich kann mich retten. Ja, ist noch ein bisschen schneller. Hier sind noch Boote. Ach so, Rettungsboote. Können wir ja auch rauf gehen. Jo, easy. Wo bist du, du bist? Ich bin oben am Ende. Ich bin in einem Rettungsboot. Okay, gehen wir nach oben ans Ende. Wir sind in deinem Rettungsboot. Oh, guck mal, da ist der Robber wieder. Oh ja. Gebt Bobax. Wo seid ihr? Wartet, Freunde. Ach, da hinten. Los zu den Rettungsbooten. Folg mir, Victor. Wo bist du? Hier, 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 hier. Komm, ich komme, ich komme. Genau, komm. Die Rettungsboote sind da unten. Nein, ich falle um. Nein, ich auch. Nein. Okay, okay, okay. Wir müssen hier hoch. Okay, ja, danke. Komm, Freunde. Ich stehe hier auf Wartung, wo ich... Auf den Kran und dann rauf aufs Rettungsboot. Ich will doch einfach die Treppen nehmen. Nein, ich falle. Wer braucht schon die Treppen? Hier, ihr... Ah, nein. 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 Ich höre nicht mehr auf. Ich sterbe gerade aus. Ist der Strom gerade ausgefallen? Ja. Oh, oh. Los. Die fahren mit unserem Rettungsbooten weg. Ja. Hallo? Ich bin gestorben, Leute. Woran? Ich bin ertrunken. Was? Wow. Scheiße. Dieses Ding ist eigentlich... Nein. Ich bin tot. Leute, nein. Nein, das Schiff ist geteilt. Ich bin auf der... Falsch... Ja, ein Rettungsboot. Fuck. Ich wurde vom Rettungsboot erschlagen, Leute. Das ist ein Rettungsboot, Leute. Hallo. Hallo. Leute, Leute. Dieses Ding ist gerade eingestürzt. Die... Ja, ich weiß. Und dann ist ein Rettungsboot auf meinen Kopf gefallen und ich bin gestorben. Nein. Ich habe mal eine Frage geflossen, Anton. Ja? Ja. Wie seid ihr beide von Kohlearbeitern zur dritten Klasse hochgewechselt? Tja. Wir haben uns hochgearbeitet. Was? Sind wir? Ich sehe es nicht mal. Anton, wir sollten nach hinten gehen. Ja. Ja, ja. Wenn das Schiff sinkt, müssen wir nach hinten, Leute. Ist das ein Flugzeug? Oh, das ist ein Flugzeug. Ach, das ist damals ja auch passiert. Wisst ihr noch, als die Doppeldecker kamen? Und das Wasser fliegte. Und abgestürzt ist. Der erinnert mich irgendwie ein bisschen an Roblox Victor. Ja, echt? Selbes Gesicht und selbe Hautfarbe. Victor, hast du deine Glatze geschnitten? Ja. Also ich fahre gerade weg mit dem Boot. Ja, komm, wir uns abholen. Ich bin ja nicht der Typ, der das Boot lenkt. Wir wissen ganz genau, was wir machen müssen, Louis. Wir haben den Film gesehen. Ah, fuck, ich glitsche einfach durch. Nein! Nein, ist runtergefallen? Nein, ich hänge im Schiff fest. Oh, ich bin in den Rumpf reingeglitscht. Jetzt fahre ich runter. Nein! Jetzt ertrink ich. Jetzt bin ich tot. Oh, alles klar. Danke. Oh ja, wir sind dritte Klasse. Wir sind dritte Klasse. Louis. Yeah. Ich bin immer cooler Arbeiter. Aber ich habe überlebt. Ich teleportiere mich near the land of the... Louis! Zieh mich hoch, wirf mein Seil runter. Ich kann nicht. Du musst. Nein, ich fahre runter. Nein! Louis! Mit meinem Kopf gegen die Schiffsschraube. Oh Gott. Anton, ich bin unten im Wasser. Wenn man eins drückt, dann schwimmt man. Achso, eins ist schwimmen? Ja. Ich dachte, ich hätte... Okay, gut. Anton, ich sehe dich. Louis. Ich konnte nicht schwimmen. Oh fuck, wenn wir unter Wasser sind, muss ich eins drücken, ne? Ja. Und dann Luft anhalten. Ja. Komm, Anton. Oh, ich werde gar nicht vom Sog runtergezogen. Das ist ja gar nicht wie im Film. Where are we going? Hallo. Hallo. Easy, okay, wir müssen nur noch zu dem Rettungsboot und gerettet werden. Ja, rest in peace, Leute. Also, ich gönne mir. Komm schon. Warum werde ich auf einmal runtergezogen? Wir werden erfrieren, Anton. Hallo? Nein, der fährt weg! Was geht denn bei dem? Ich weiß es echt nicht. Was ist hier los? Ah, gut. Ich hab... Nein! Was? Was? Ich dachte, es waren dreieinhalb Stunden. Ich hab gar nicht überlebt. Okay, Anton, wollen wir... Ist doch nicht safe. Roblox, Conny und Hihi 2234 XD haben überlebt. So, Leute, das war's erstmal mit Roblox Titanic. Wir haben danach nochmal ungefähr so eine halbe Stunde weitergespielt. Und das wird dann auch noch die nächsten Tage irgendwann online kommen. Mal schauen, wann ich's schaffe, das Video fertig zu schneiden. Ich hab momentan leider nicht so viel Zeit, um Videos zu machen. Aber ich bedanke mich riesig für euren Support und dass ihr trotzdem meine Videos schaut, liked und Kommentare schreibt. Ich freu mich über alle Kommentare und ich lese auch jeden. Wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt, was ich das nächste Mal aufnehmen soll, dann schreibt's gerne wieder in die Kommentare. Ich freu mich sehr darüber. Ich versuch auch immer alles zu machen. Ich werd mal schauen, ob ich beim nächsten Mal Mad City aufnehme, weil mir das auch in die Kommentare geschrieben wurde. Vergesst nicht, dem Video ein Like da zu lassen, meinen Kanal zu abonnieren und auch die anderen beiden Leute zu abonnieren. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao! 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 Ciao!